einen wunderschönen guten morgen 20 dezember einem pumped hätte ich fast gesagt wenn ich nicht schon zu alt dafür wäre wir haben heute drei produkte in einem video also heute kriegt man wirklich was für sein geld hier alle von der firma anchor und wir beginnen mit diesem kleinen lade rucksack dieser power bank die sich magnetisch an iphones der neuesten und der letzten generation heftet und dort einfach seine 5000 milliampere an das telefon weiter gibt ohne welche kabel einzustecken das ding hat natürlich selbst ein port ein usb c port über den es sich aufladen lässt und so eine kleine status anzeige wie voll es ist und die kleine nettigkeit ist dass es so eine kleine lasche hat die man ebenfalls magnetisch befestigt und dann lässt sich das telefon aufstellen oder in seitlicher position hinlegen ganz nett ist eingebettet in so eine ganze serie von produkten die anchor anbietet das kann man beispielsweise auch so ein stand schieben ein kleiner akku rucksack den lädt man auf beispielsweise mit einem netzteil und da habe ich dieses hier von anchor das ist super süß und klein das ist das nano 2 das 45 watt die 45 watt version ich würde fast sagen also es ist schon ein bisschen größer noch als diese 5 watt irrsinnigen netzteile von apple aber nicht viel muss ich sagen und da steckt halt die power drin die man so für auch laptops braucht das usb c dran logischerweise neueste ganz zwei technologie sogar das macht es ganz effizient und so klein und einfach super süß und super klein und das kann man immer dabei haben und man braucht natürlich ein kabel dazu und das ist das dritte produkt ein usb c auf lightning kabel in diesem fall gibt es in verschiedenen längen anchor nennt diese serie power line und das ist natürlich mifi zertifiziert und gute kabel die erkennt man ja schon so ein bisschen wenn man daran zieht wenn man sie anfasst wieso das gummi um die anschlüsse ausfällt also das ist nett das ist auch so ein kabel was ich einfach immer dabei habe so usb c auf lightning und wie gesagt unterschiedliche längen für unterschiedliche bedürfnisse drei produkte eine powerbank 5000 milliampere als magnetischer rucksack für neueste iphones ein kleines netzteil ganz ganz klein aber ganz ganz stark und ein entsprechendes kabel vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns morgen an dieser stelle wieder